Und herzlich willkommen zurück, ja hier auch zu Bully. Ja, beim letzten Mal haben wir die ganzen Preps ein bisschen verprügelt, nachdem wir eigentlich den Boxkampf hatten und uns Gary dann nachhinein einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Sind wir dann nur wieder hier gelandet. Wir haben natürlich glücklicherweise das Strandhaus gewonnen, sozusagen, und versuchen jetzt hier erstmal weiter was zu machen. Was geht denn hier ab, hier? So, was haben wir denn noch so im Inventar? Was müssen wir denn mal wieder bauen? Oh, wir müssen mal wieder ein paar Sachen fertig machen, hier. Ja, aber Chemiekasten mal wieder auffüllen, hier. Können wir nochmal wieder richtig alles auffüllen, hier. Ach, da oben ist auch noch ein Kürbis. We is for victory. Achso, geil. Hier sind noch ein paar nur Sachen, die ich gar nicht gesehen habe. Also, so. Dann werden wir mal jetzt gleich erstmal zum Unterricht schnarchen. Ich weiß gar nicht, was für Unterrichtsfach wir so alles haben noch. Weil es soll ja angeblich neue auch geben. Deswegen, mal gucken. Zwei Dinge sind da hinten noch. Ich glaube, die sind auch außerhalb hier. Da werden wir dann später außerhalb da mal gucken. Na, nicht über die Bananenschale hüpfen. Hupf. So, jetzt haben wir gleich neun Uhr. Jetzt haben wir ja, ich weiß nicht, wo wir Unterricht haben. Entweder haben wir Sport, Arbeitsleere oder irgendwas im Gebäude. Ah, wir haben irgendwas im Gebäude. So. Johnny Vincent, komm zum Office, jetzt! Erdkunde, oh nö. Erdkunde hab ich so immer gehasst. Guten Tag, alle. Ich bin Mr. Matthews, dein Geografie-Teacher. Ich weiß, dass ihr alle enthusiastisch sind und bereit zu lernen. Otherwise, warum würdest du hier sein? Ach, nö. Weise die Flaggen von dem Ende der Stunde in den richtigen Staaten zu. Oh, weiß das jemand? Ehhh. Ah, ist okay. Ach, du ahnst das nicht. Deutschland ist klar hier. Frankreich ist klar. Aber Britannien müsste da so... Nö. Äh. Ah ne, das ist Dänemark. Portugal. Äh, da ist Großbritannien. Griechenland. Warte mal, hier ist Rom. Italien. No, I'm sorry, that is incorrect. Hier ist erstmal Dänemark. Hier ist das Irland. Was haben wir denn hier in Norwegen? Ah, war Norwegen rechts oder links? Ah. Ne, Polen ist da. Rumänien. Muss ich jetzt raten. Ne, dann ist Finnland das hier. Ukraine, Schweden. Oh, ich und meine Karten hier. Italien. Spanien. Portugal. Ne. Griechenland. Ich und Adcon. Könnte knicken. Aber... Yeah. Dennoch Adcon erreicht. Das ging ja noch mit den Flanken zuweisen. Eifelturmhut. Können wir denn einkaufen hier? Was haben wir denn hier? Käppi? Ne, ich will noch paar Hosen. Beine. Schuh-Shirt. Naja, ist auch ein bisschen langweilig. Ne, das ist da hier nix. Ne. Alles hier unnötig. Ach, wer will denn was da hinten von mir? Warte mal. Warte mal. Na toll. Ich dachte, ich hätte was für die. Naja. Steht noch so im schwarzen Brett. Dun-dun-dun-dun-dun. Ne. 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 Nix besonderes. Warte mal. Na, Unterricht von... Ne. Achso, okay. Alles klar hoch. Ich weiß, da bringt... Blink draußen was, aber ich will den nächsten Unterricht gleich haben. Wieder. So auf, jetzt gehe ich raus, dann ist das irgendwie da drin, ne. Ist ja auch nix neues. Nochmals... Hey da! Ich werde das nicht vergessen! Wer ist der Topf? Was ist denn der Topf? Was machen die denn da? Na ja, Laufmann, Laufmann, Laufmann da hinten! Boah! Wir müssen warten! Ich will erst den ganzen Unterricht fertig haben, oder irgendwie... ...was fertig haben hier. Schreit der hier so rum? Komm, jetzt können wir noch eine Viertelstunde rumdümmeln hier. Na komm! Äh, ah, da! Schreit das Bild. Ich dachte schon, ich dachte schon. Oben! Was haben wir denn oben gehabt? Musik, glaube ich. Und Chemie, oder Erdkunde, oder Kunst? Was haben wir denn? Oh, Mathe! Oh, was war denn Mathe nochmal? Mathe 1? Hatte ich bestimmt noch gar nicht. Hohoho! Die hassen sich ja! Hohoho! Okay! Äh, bäb! Da! 50! Da! 636! 36! Zwei! Was ist das Größte? 2 oder 3? 11... 1,5... Was ist am langsamsten? Das Fault hier? Äh, da! Das sind 2. Das ist am schnellsten. Da. Zack. 9. Ne, das sind 36. Da. Das ist am schnellsten. Ich glaube mal die Rakete. Wie viele Rechtecke siehst du? Ach, verdammt. 17. 9. Das ist am schnellsten hier. Das ist am höchsten. Ah, Pyramiden. Ich zahle es am höchsten. Da. 10. Oh, ging ja. Ein Fehler aber, naja. Genie Perücke. Okay. So. Jetzt werden wir noch ein paar Ziele machen. Ich mache es bestimmt mit dem Preps wieder. Kann ich nicht ganz... Hi. Hi. Uh. Ich habe noch Platz hier. So. Abmarsch. Boah, sind das super Räder da vorne. Wenn man das sieht. Yay. Vielleicht ruckelt es etwas, aber naja. Genius. Lärmlich. Ich habe keinen Bock auf dich. Start Kino Karten. Mit dem gehen wir denn ins Kino? Oh. Hey, Jimmy Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky. But I know all about you. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry and you like fighting. Huh. Gary said you're so mad because you're sexually confused. Yeah, well Gary talks a lot of crap. Oh, I know. I don't like him. He likes to torture people. So what? He's not gonna torture me. Well, I'm glad you're not sexually confused. Really? Yeah. I like you, Jimmy Hopkins. Oh, yeah? But I need you to do something for me. What a surprise. I'm last in line and this movie means everything to me. I'm gonna get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy. What's in it for me? I'm a princess. And I need people to do things for me. So hurry up, because I want to be first. Oh, man. Alright. Ho, ho, ho. Da wurde's einmal biestig. Was müssen wir denn hier machen? Löse die Schlangen. Ah, die Polizei ist da mir nicht zu nah. Ja. Ja, da wurde ich kurz unterbrochen und da gab's leider eine kleine Zwischensequenz. Aber, nun ja. Kann man nichts ändern. Denn, die Madame wollte ihr Fahrrad wieder haben und ist dann einfach von der Schlange abgehauen. So, rede mit. Mit ihr. Na, guck mal hier. Schokolade. Na, komm, mach mal Platz hier. Oh, nein. Komm schon. Du willst die doch nicht? Nein, du willst die nicht mitnehmen. So, bringen wir sie an einen ruhigen Ort. Du willst die doch nicht? So, bringen wir sie an einen ruhigen Ort. Oh Gott. Damn. So. Jetzt haben wir noch ein paar vor der Schlange. Wie gesagt, das eine hat mir sehr leid. Ich will nur spielen, das ist alles. Das ist richtig, Jimmy. Wenn du nur in meinem sozialen Zirkel geboren hast. Ich habe einige Verwendungen, du kennst. Oh, wirklich? Du wißt, schöne Mädchen mögen schöne Blätter. Insofern, hier ist ein bisschen Geld. Das ist das Leid, was ich konnte. Und es ist daddien, insofern. Das Show ist bereits zu starten, aber komm, siehst du mir mal. Wir können über diese Klasse-Abteilungen arbeiten, die wir haben. Oh, ich werde über deine Klasse-Abteilungen arbeiten, okay, Frau. Allein, Schönen, Schönen, Schönen. Du kannst hier zu betrachten, anzusehen, einfach rein ein Team. Das überrascht. Wenn du hier in diesem Fall, dann ist das los. Die Freiheit ist gut. All right. Okay. And now we are in meinem Namen. Das ist jetzt ein unseres Gół 만�itable, lead-Block, die retten. Das ist schon klein. Hast du den. Nein, ich will dir kein Ziel annehmen. Ich hab keine Lust. Ich will Missionen erledigen. Ach, nervt nicht. Such dir andere Leute, die du nerven kannst. Guten Tag. Kaufen. So, ich hoffe, dass ich jetzt genug Blubstreise erstmal für die nächsten Jahrhunderte habe. So, kamen wir doch hier so schnell durch. Also ich werde auf jeden Fall nicht alle Gummibänder und sowas sammeln, ja. Das krieg ich schlecht hin. Ha, ha, Date auf dem Jahrmarkt. Ha, 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 ha. Geil. So, ist das, wie du eine Mädchen trafst? Na, nicht ich. Was sagst du? Wir hatten ein Date und du bist drei Minuten lang. Nein, wir haben nicht. Ja, wir haben nicht. Nein, wir haben wirklich nicht. Aber, schau, ich erinnere mich, wie du magst. Oh, verdammt. Das war nicht du. Das war Darby. Na, er ist late. Ich kann nicht glauben, dass er das gemacht hat. Oh, und das sind so schön. Oh. 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 Oh, ho, ho, ho. So. So, treff dich mit Pinky auf. Okay, das schaffen wir wohl. Oh ja, gib mal her hier. Da hab ich ja ein Bike geklaut. Ach, das nervt nicht. So. Auf den Jahrmarkt geht's. Ah, davon ist ein Jahrmarkt. Geil. Ruckel, 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 ruckel. Ja, der baut erstmal wieder auf. So. Geh mal anders. Auf den Ruckel, ruckel, ruckel. Und, schau. Ich weiß, dass die Praxis. So, ich bin jetzt ein Jahrmarkt. Vielen Dank.